Aber dafür haben wir wieder voll durchfassen. Er ist hier irgendwo. Echt? Ja. Ich weiß nicht wo. Warte, ich muss mich mal kurz enttracken. Ich hab ein bisschen Angst. Ich glaube, er ist dann unten. Vielleicht unten. Warte, wir haben ganz viel TNT, oder? Ähm, ich hab 20 TNT. Ich hab auch 20 ungefähr. Ja, ich würd sagen... Ja, der ist safe hier unten. Nein, ich war hier heute gebaut. Ist der hier? Ich denk mal. Ja, lass mal ein bisschen Platz machen. Bisschen Platz, Leute. So, Brian, ne? Das war's dann mit dir. Oh mein Gott, nein! Hey Freunde, FIX hier. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Sky Wars 100er KD. Natürlich mit meinem bezauberten Partner. Brian, please! Hallo! Ich hab 20 Rüstung. Ich hab zwei Ender Schmölz. Dann kannst du meine geben bestimmt. Ich hab für dich ein bisschen hier Stuffing gedroppt. Okay, nein. Dankeschön, Dankeschön. Alter, sehr gut. Okay, schau mal. Ich geb dir eine Ender Schmöl. Ich trink mal deinen Feuerriesi dran. Und ich hab noch Vierschuhe für dich. Nice. Und dann, würd ich sagen, ready to rumble, oder? Lass mal gleich mal. Wir spielen heute auf der Map Brawl. Brawl ist immer so ne bisschen tricky Map, würd ich sagen. Weil da kann alles passieren irgendwie. Da kann wirklich alles passieren. Oh, Leute. Pulli hier. Aber ich... Oh mein Gott. Ist da noch einer irgendwo? Fertig ist nicht richtig gelootet. Ich glaub nicht, dass hier noch einer ist. Über uns ist aber jemand, ne? Warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz schauen. Ich craft mir ganz kurz ein Wasser einmal. Aber ich brauch unbedingt ne bessere Hose noch. Aber hier ist leider nichts. Ich hab sieben Eisen. Ich hab sieben Eisen, warte. Machst du mir eine? Ja, hab die eine gemacht. Der andere ist oben. Ich weiß nicht, was da oben macht. Ich bin hier hinter dir. Achso, hi. Schau mal. Der chillt auf unserem Baum glaub ich gerade. Der chillt auf dem Baum? Ja warte, ich schau mal ganz kurz. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, warte. Oh nein, die sind drüben. Der ist weitergelaufen. Oh. Da ist einer unten. Ja komm, lass drauf. Lass abstauen. Ich kämpfen. Los, geht drauf. Ja Mann, ich will abstauen. Nice. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nice. GG, egal. Fixes GG trotzdem. Ich hab ein schärfes Shirt bekommen. Sehr schön. Hast du vielleicht eine Eisenhose verzaubert oder irgendwas für mich noch? Oder irgendwelche Diersachen oder so? Warte, ich schau durch für dich. Eine... Nö, da ist nix. Das ist die Crap. Eine... Nö. Okay, dann lass gleich weiter schauen. Ich hab ein Goldapfel für dich, wenn du willst. Ich geh mal hier nach oben. Hast du ein Goldapfel? Weil ich hab einen. Nein, hab ich nicht. Dann geb ich dir meinen. Aber ich geh erst nach oben, weil da kommt nämlich schon der nächste Gegner gerade. Er springt auf den Baum, aber ich krieg den auch. Junge, was macht der denn? Was macht der denn? Er ist irgendwie komplett verpeilt. Ja, wolltest du unbedingt TNT zinten, aber... Ja, wollte ich halt hochjagen. Ähm... Hier schon mal für den... Oh, fix ist es. Für dich ein Goldapfel. Dankeschön, Dankeschön. Gitteschön. Oh, wenn wir einen Goldkit töten, können wir halt locker OP-Goldapfeln hier machen. Das Ding ist... Bitte sag das nicht, sonst haben Gegner noch die Idee. Ja, Mann. Oder... Schreiben wieder hunderte Leute in die Kommentare. Yo, fix, mach doch OP-Goldapfel. Aber Leute, wir haben für OP-Goldapfel in der 100 Akademie. Die Zeit eigentlich. Wir müssen durchhassen. Hier unten ist ein Gegner, mate. Echt? Ja. Ja, wenn du eine Lobel bist, geh weg. Warte, schau. Der ist ganz runtergegangen. Ah, der ist da. Warte, stopp, 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 stopp. Erstmal machen wir hier zu. So, dann ist das weg. Und jetzt mache ich... Hast du Eisen für mich? Ich habe ein bisschen TNT. Ja, oder wir machen das Ganze halt so. So vielleicht? Oder... Oh, warte. Oh, nice. Okay, tschüss. Was? Oh, warte. Was? Okay. Ich glaube, der ist frei. Ja, komm, den kriege ich. Easy. Der hat nichts. Wobei, ich habe auch nichts. Weckst du ihn? Ja, habe ihn. Oh mein Gott. Alter, ich habe schon ein bisschen Axt gehabt, ey. Ich brauche immer noch... Ah, wobei. Wenn du wirklich mal low bist, dann sag bitte Bescheid. Ich habe für dich einen Verzauber der Schutz. Zwei Hose, komm mal her. Okay, nice. Ich habe noch zwei Dias. Hast du vielleicht noch Dias am Start? Nee, ich habe keinen Dias. Aber ich habe mein Schärfeschwert. Okay, schade. Soll ich ein paar Dias abbauen hier noch? Einfach so mitnehmen nebenbei? Ja, kannst du machen. Ich halte die Stellung. Ich halte die Stellung. Ja, der Weg ist schon fertig. Das ist das Ding. Okay, warte, ich komme gleich. Ja, dann lass noch ein paar Kills machen. Ich habe jetzt drei Kills schon. Mega stark. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills wir sind. Ich glaube, wir sind fast 30 jetzt, oder? Du hast gerade eben 29. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass wir in Folge Nummer 5 schon die 30er gerade eh knacken? Alter. Ja, moin. War das Folge 4? Nee, wir sind jetzt Folge 5, glaube ich schon. Ich glaube, es ist Folge 5. Alter, so. Du baust wieder Dias am? Ja, ja. Ich habe einen Wassereimer. Hast du noch einen, oder? Ah, nee, ich habe noch. Okay, nice. Aber nicht in meinem Leiste. Ja, gut. Dann solltest du dir da nichts rein tun. Ich schaue mal kurz hinter uns. Aber da ist keiner. Vor uns sehe ich zwei Gegner, also ein Team, wenn du kommst. Okay, nice. Ich kann mir eine Dia-Chest noch machen kurz. Mach das. Ich halte eine Zeit. Oder was machen die? Die kommen schon nicht, oder? Nee, das ist ein Team, das ist Team 2. Der eine hat... Okay, der eine hat die Dia-Brust. Lol, die kämpfen gerade. Ah, stopp. Warte, ich komme rüber. Scheiße, scheiße. Ich komme halt nicht runter. Brian, du bist voll drin, Alter. Ich habe das schon. Du musst da rüberkommen. Abstand. Ja, ja, ich komme, ich komme. Beeil dich, beeil dich. Oh, lol. Oh, shit. Das habe ich mir gemacht. Nein, der war aus der Mitte. Der war aus der Mitte. Der hatte guten Stunts. Der eine haut ab. Ja, ich habe sein Matt gekillt. Okay, der chillt da oben. Er ist deswegen Solo. Ich würde gerne Rod mir machen. Aber egal. Pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Blocker-Manshee sein Vater. Ich habe Eier, ich habe Eier. Warte, 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 warte. Ich bin eifelig. Ähm. Oh, scheiße. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich baue einen Doppelweg erstmal hier. Ja, baue einfach hoch, oder? Dann bauen wir uns von oben drüber. Ich bin fast vor dir. Okay, da ist ein Schild unten. Jetzt drauf, komm. Ja. Okay, ich bin dabei. Der totes Schwert. Komm drauf, komm drauf. Verbrennungsschwert, egal. Schaffst du es? Oh mein Gott. Überlebst du? Hab ihn, hab ihn. Ja klar, hier. Easy. Ich will Haarfleisch. Nein, du hast mein Wasser aufgesagt. Aber egal, ich habe schon, ich habe schon. Ähm. Ansonsten? Alter, es läuft relativ gut. Schärfenockschwert habe ich am Start. Nice, das ist seins gewesen. Draußen ist ein Verzauberungstisch, wenn du noch Dias hast. Okay, fünf Dias habe ich noch. Dann mach mir mal. Ich bräuchte nur noch zwei, dann wäre ich voll. Obwohl, eigentlich, ich behalte mein Schärfenschwert. Willst du das Verbrennungsschwert haben? Ja, gib her, dann kann ich dual bladen. Bitteschön. Äh. Ach sonst? Ja, komm, das läuft schon, Alter. Ich habe auch ein bisschen gut dabei. Es lädt nur noch eine. Es gibt auch eine. Jawohl. Warte, ich habe einen Kompass. Ich gebe dir auch mal einen. 0-1, der Kadee. Der ist irgendwo andere Seite, Alter. Der ist genau gerade dann. Okay, dann würde ich sagen, lass meinen Weg bauen. Oh Mann, ey. Ja gut, Leute, ich würde noch sagen, wir labern jetzt noch fünf Minuten, dann kommen wir auf die zehn Minuten voll und dann twirten wir den letzten Gegner, oder? Das ist doch ein guter Plan, Alter. Easy, Alter, easy. Und falls ihr noch nicht getan habt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und teilt gerne die 100er-Karte-Serie, weil es ist echt, es macht Spaß, Alter. Es ist geil. Ich habe Bock. Und Brian stirbt fast. Nice. Hey, wo laberst du schon wieder? Ich habe dich doch gesehen, Alter, wie du runtergefallen bist. Pssst. Was? Blocklitsch, sein Vater. Okay, da links irgendwo ist, ne? Oh Leute, hier noch ganz viel Stuff. Leute, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Serie bis jetzt gefällt. Mir gefällt sie sehr gut, weil wir sind gut dabei. Ich sage nur, 30er-Karte, ja, gut, ne? Folge Nummer 5. Hast du eigentlich Enderperlen im Evental, ja, ne? Ja, eine habe ich. Na gut, perfekt, dann passt das. Ich habe auch eine. Als ob wir in Folge 5 schon 30 Kills haben, Junge. Ja, wir haben halt ein bisschen durchgehustelt. Das sind... Wie viele Kills sind das pro Folge? Ich kann nicht rechnen, so schnell. Äh, 30 durch 5, also 15, 15, 20, 25, 30. Also es sind 6 Kills pro Folge im Schnitt. Problem, du hattest eine Folge, da hast du 9 Kills gemacht. Die letzte hattest du 8 Kills. Ja, aber wir haben vorletzte Folge haben wir verkackt, so. Das war scheiße. Da waren halt, mein Gott, 2, 3 Kills, sowas muss es auch mal geben. Aber dafür haben wir wieder Folgen, wo wir voll durchfassen. Er ist hier irgendwo. Echt? Ja. Ich weiß nicht wo. Warte, ich wollte mal kurz den tracken. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, er ist von dann unten. Vielleicht unten. Warte, wir haben ganz viel TNT, oder? Ähm, ich habe 20 TNT. Ich habe auch 20 ungefähr. Ja, ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal ein bisschen was mit Luft. Ja, der ist safe hier unten eigentlich, weil hier wurde gebaut. Ist der hier? Ich denke mal. Ja, lass mal ein bisschen Platz machen hier. Bisschen Platz, Leute. So, Brian. Ne? Was war es dann mit dir? Oh mein Gott, nein! Du Lackfin! Oh mein Gott! Alter! Ist der da? Ich sehe nicht. Hä, wo ist der denn? Das bist du da unten, okay. Ist der vielleicht auf dem Dach? Ich schau mal kurz oben. Oder so? Wenn was ist, Schrei SOS oder so. Kompass zeigt irgendwo da rüber. Warte mal, hier ist ein Gang. Hier ist ein Gang. Ich glaube, der ist doch hier unten. Warte, 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 warte. So, kurz nochmal TNT zünden. Ähm. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Äh, ne, hier ist auch nicht. Hä, aber hier war ein Gang runter. Irgendwo hin. Aber wo ist der Junge dann? Das ist eine sehr gute Frage. Warte, wir haben einen Kompass, richtig? Warte mal, hier. Hier geht's rein. Hier ist ein Cobblestone. Safe ist der Weg. Ich hab was gefunden fix. Was hast du gefunden? Wo bist du? Hier hinten. Hier außen. Warte, warte, warte. Oh mein Gott, ich... Alter, wo ist der? Ich weiß nicht. Junge, Junge, Junge. Bisschen Schiss. Also hier unten ist so ein Pseudoweg. Ah, ja, ja. Ich seh schon. Ja, da ist der. Ich seh seinen Namen. Kannst du Wasser setzen? Oder warte, ich setz hier Wasser. Schön runter, langsam. Jo. Ich bin da. Ich bin hinter... Du bist hinter mir, ne? Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich ess mal einen Gap zur Sicherheit. Oh mein Gott, Junge. Der hat die OP Pickaxe. Also pass auf, der wird uns safe runtersfliefen. Ist der nicht gerade aus dir durch? Da ist Cobblestone vor mir. Junge, du bist glaub ich komplett falsch. Und... Bau auf jeden Fall mit, äh, mit Holz oder so. Warte, warte, warte. Ich schau mal. Ich mach mir kurz ne Picke. Und dann schau ich mir hier vorne rein. Aber bau unbedingt mit Holz, Brian. Ja, ich bau hinter mir mit Holz. Das mach ich schon mal. Bau mit nichts anderem. Hier vorne ist Kabel. Wo ist diese Misset, Alter? Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Wollen wir das auch noch sprengen? Warte ganz kurz. Ich glaub ich hab ihn gleich. Ja? Ich seh seinen Namen. Kriegst du ihn? Ich bin bei ihm. Ja, verbrennt. Du musst runterkommen zu mir. Ah, fuck, fuck, fuck. Ja, warte, warte. Ich komm auf deinem Weg. Er verbrennt. Ah, scheiße. Verhalt mich. Hä, wo ist dein Weg? Bist du hier runter? Ja, ich bin da runter. Ich hab ihn nochmal angezündet. Ja. Lass mich rein. Nice. Ich hab ihn sogar. Halt deinen Maul, Alter. Natürlich, Alter. Wend schon, wend schon. Oh mein Gott, Leute. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall nen fetten, fetten Daumen nach oben da. Schaut doch unbedingt bei Brian vorbei und macht da jetzt endlich mal die 10k vor. Leute, das kann ja nicht angehen. Leute. Meine Güte, ey. Immer noch keine 10k, da Junge. Aber egal, Leute. Wir sehen uns nächste Folge morgen früh, 6 Uhr, Folge Nummer 6. Und dann machen wir eine 50er KD, oder? Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020